Jo, peace und habe die Ehre, meine Willen-Kippel-Frienden hier zu hören. Vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen. Ehre geht raus an jeden von euch. Freunde, in diesem Video hört ihr einfach wieder mal Punkte von mir, wieso ich so überzeugt von HBAR bin, wieso ich noch immer wieder und wieder nachkaufe bezüglich HBAR und wieso HBAR inzwischen auch schon auf Platz 2 in meinem Portfolio ist und ganz, ganz nah an XRP herankommt. Es brodelt einfach gewaltig und zwar in die positive Richtung bezüglich HEDERA, bezüglich HBAR, bezüglich der allgemeinen Auffassung rund um HBAR, bezüglich der Governing Council, den traditionellen Finanzsektor, die Unternehmen, die endlich mal mehr und mehr begreifen, was alles möglich ist, wenn die Technologie darunter einfach das Nonplusultra ist und das ist HEDERA, bezüglich HBAR und deswegen fackeln wir nicht lange rum, Leute, fetzen wir rein hier in die Punkte. Als allererstes mal eine interessante News, Leute, denn das zeigt uns einfach, Mika ist zum Greifen nah, es wird kommen und wird immer relevanter und EU räumt dementsprechend auf. Habe ich euch auch hier getwittert, folgt mir gerne auf Twitter nochmal, CryptoAvon2626. Vielen, vielen Dank übrigens für 1000 Follower auf Twitter. By the way, vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Also ich habe hier getwittert, die EU räumt weiter auf. Die News selber habe ich hier zum ersten Mal bei Marty Party gehundern und gelesen und dementsprechend auch hier die News selber nochmal gepostet für euch. OkX nämlich, die viertgrößte Kryptobörse weltweit stoppt den Handel mit Tether, mit USDT, die 70% des Marktes beflecken, sage ich jetzt mal, im europäischen Wirtschaftsraum, im Vorgriff auf die EU-Verordnung über Kryptoasset Mika. Deswegen habe ich euch gesagt, es wird immer relevanter und die Börsen, Emittenten etc. müssen sie sich immer mehr vorbereiten drauf. Diese Regelung, die bis Ende 2024 umgesetzt sein soll, zielt darauf ab, ein umfassendes Regelwerk für Kryptotransaktionen zu schaffen. Die Maßnahmen reflektieren die Bemühungen, globale Standards zu erfüllen und ein reguliertes Umfeld für digitale Währungen zu schaffen. Was natürlich positiv für uns wäre, was ich aber immer wieder betone und hoffe, dass es nicht überschwappt in eine Überregulierung. Die Entscheidung von OkX, den Handel mit USDT im EBR einzustellen, zeigt den Trend zur Einhaltung lokaler und internationaler Finanzvorschriften in der Kryptobranche und wirft Fragen zur Vorbereitung der Börse auf die regulatorische Änderungen auf. Dementsprechend hier auch nochmal eine News, wieder hier unten in der Videobeschreibung, warum Europas Mika die Eintrittsbarriere für Stablecoin-Emittenten erhöht. Das heißt ja, durch strengere Vorschriften, wie zum Beispiel eine 1 zu 1 Reserve wer für Fiat gestützt des Stablecoins soll Stabilität und Anlegerschutz verbessern. Was ich natürlich begünstige und begrüße, ist ja logisch. Allerdings könnte die hohe Compliance-Anforderungen Innovationen behindern und die Marktkonsolidierung fördern. Ja, das ist immer ein schmaler Grad hier, dass man eingeht, wenn sich die regulatorische Landschaft natürlich ändert. Ja, zudem könnte Mika zu einer Marktfragmentierung innerhalb der EU führen. Trotzdem wird die EU als Vorreiter bei der Regulierung digitaler Assets angesehen und tritt dann dementsprechend auch Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres halt dementsprechend auch in Kraft, Leute. Was sich auf jeden Fall ändern wird, wird die Stablecoin-Landschaft sein und das hat jetzt sozusagen auch schon deutlich, deutlich angefangen. Okay, X ist ja einer der größten Börsen. Ich glaube, Top 5 sind sie dabei. Weil somit wird sich meiner Meinung nach, was ich halt hier sehe, die Stablecoin-Landschaft sich wohl gewaltig ändern bis nächstes Jahr und nach der Aktivierung der Mika-Regulierung wollte ich hier nochmal erwähnen, Leute. Und jetzt fetzen wir rein Richtung HBAR News, Leute. Was sich auch einfach immer mehr abzeichnet, dass HBAR da ist, um einfach das Feld von hinten aufzuräumen. Auch bezüglich Tokenisierung natürlich. Denn die Tokenisierung realer Vermögenswerte verändert das traditionelle Finanzwesen grundlegend, Leute. Und bringt mit Hilfe von Distributed Ledger-Technologie beispiellose Effizienz, Liquidität und Chancen in die alte Märkte. Also in das traditionelle Finanzsystem, wie wir es hier kennen, seit wir auf dieser schönen Erde leben. Oh nein, nicht schon wieder die Anomalie. Ich denke nicht, dass DLT hier wirklich irgendwas an Kosteneffizienz erzeugt. Ganz im Gegenteil. Ja, ja, lieber Herr Blocktrainer, aber du vergleichst auch DLT mit Content Delivery Network Systemen, Leute. Er vergleicht tatsächlich DLT mit Content Delivery Network. Schaut euch mal ein vorletztes Livestream hier an. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das Ganze nochmal durchleuchtet, was tatsächlich der Unterschied zwischen DLT und Content Delivery Network ist. Mit so einer Reichweite, so ein Schmarrn erzählen, das gehört verbreitet, Leute. Also, das Vermögensverwaltungsunternehmen und Hedera Council Mitglieder, wie zum Beispiel ABRD, steht an der Spitze dieser Revolution und nutzt das Hedera Netzwerk, um Investitionen für die digitale Wirtschaft neu zu definieren, Leute. Also, Tokenisierung, reale Vermögenswerte, verändert das traditionelle Finanzwesen, wie wir es heute kennen. Und das hat mit unter anderem, ich sage mal, der mächtigste Mann, der CEO von BlackRock, ebenfalls gesagt, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, hier nochmal für euch. We believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own basically QSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We can rid ourselves of all issues around a list of activities about bonds and stocks and digital by having a tokenization. Leute, the next big thing tokenization und HBAR, Hedera und die Technologie darunter steht einfach mit an der Spitze dieser revolutionierenden Technologie oder Tokenisierung. Hier auch nochmal ABRDN mit einem Projected Value bis 2030 von 4 Trillionen Dollar. Müsst ihr euch nochmal auf der Zunge gehen lassen. Lux Money Market Value 21 Milliarden momentan und 421 Millionen Number of Tokens minted. Bereit, Leute, also bereits gemintet bei R, B, N, D, N werden Stablecoins, Fonds auf der Hedera Blockchain tokenisiert um Kleinanleger Zugang zu stabilen Renditeschancen zu ermöglichen, Leute. Hier denkt man also wieder komplett anders. Hedera wurde aufgrund seiner Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit ausgewählt von einer Firma, die 9,9 Milliarden Dollar im Jahr 2023 erwirtschaftet haben. Die haben momentan eine Market Cap, Leute, von 104 Milliarden US-Dollar und sind Teil der Hedera Government Council und haben sich für Hedera entschieden, wie ihr jetzt gerade von mir gehört habt und ich habe hier zitiert logischerweise und zitiere hier gerne auch nochmal durch die Partnerschaft mit Hedera können wir bisher eingeschränkte Anlageklassen einem breiteren Anlagekreis zugänglich machen. Dies passt perfekt zu unserem Engagement für finanzielle Inklusion und die Schaffung einer gerechteren Investitionslandschaft. Duncan Moore Senior Investment Manager von R, B, R, D, N und noch ein paar schöne Sätze gleich hinterher Demokratisierung durch Tokenisierung. Wie bereits erwähnt sind Klein- und Einzelanleger oft nicht in der Lage von einiger der gleichen Anlagemöglichkeiten zu profitieren wie hochwertige institutionelle und akkredierte Anleger. A, B, R, D, N widersetzt sich diesem Trend indem es einen Teil seiner über 20 Milliarden US-Dollar schweren Geldmarktfonds im öffentlichen Netzwerk jetzt kommt es von Hedera einem DLT Token Siert Leute wenn es bei euch nicht klingelt und das ist nur eins eine Firma die gelistet ist auf den Nasdaq oder sonst wo mit Milliarden von Umsatz mit Hunderten von Milliarden an Market Cap die sich hier für HBAR entschieden hat für Hedera wenn es hier nicht klingelt Leute wenn es hier nicht klingelt eins zu eins zusammenfassen Tokenisierung Hedera und die Technologie dahinter die allgemeine Auffassung der Unternehmen die nicht nur investieren möchten in Hedera sondern drauf aufbauen wenn ihr das nicht eins zu eins zusammenzählen könnt und dann lieber auf Hypes aufspringt oder auf Memcoins dann tut es mir leid dann irgendwann auf die Schnauze fliegen und ich weiterhin Eichhörnchen Taktik und warte geduldig ob bis die frühzeitige Rente dann richtig reich schallert so ok Leute ich komme jetzt nämlich nun zu bisschen mehr fundamentales wissen natürlich wieder mal Heschnels Leute Hcs5 wir gehen also Richtung NFTs und dem Hcs5 der Hcs5 Standard ist das Herzstück von Heschnels hier auch nochmal genauer Heschnels wurde von zwei Entwicklern bei Hbar entwickelt und ist eine Standard Methode zum Einschreiben von Heschnels ja ähnlich wie Ordinals ich komme dazu Leute dabei werden Ideen aus der Bitcoin Ordinal Theorie übernommen und auf Hedera Skalierbarrier angewendet tja Leute bessere Technologie mehr Möglichkeiten so einfach ist das durch die Nutzung von Hcs und Hts Heschnels wird eine dezentrale und überprüfbare NFT Metadatenverwaltung ermöglicht und zwar vollständig in der Kette on Chain Leute NFT Metadaten umfassen den Dateinamen die Beschreibung und die Informationen des NFTs sie bilden die Struktur eines jeden NFTs in der Vergangenheit wurde diese Metadaten außerhalb der nativen Kette gespeichert auf der die NFTs geprägt wurden um die Netzwerkeffizienz zu gewährleisten aber das hat natürlich zu Reibungspunkten und Möglichkeiten natürlich geführt die weniger sicherer waren wie zum Beispiel Onchain durch die Speicherung dieser Metadaten in der Kette reduzieren wir den Bedarf an externen Datenspeicheranbietern dies ermöglicht die Eigenständigkeit des Netzwerks reduziert Fehlerquellen und trägt wiederum dazu bei die Langlebigkeit und Integrität digitaler Assets im Netzwerk sicherzustellen Leute das ist Bombe und kommt auch nochmal genau zum richtigen Zeitpunkt da RWAs also Real World Asset Tokenization generell hier immer mehr im Fokus sein wird bezüglich NFTs haben hier HBOR eh schon auch die richtigen geilen Futures wie die veränderbaren NFTs bezüglich Wetterdaten bezüglich Gaming und so weiter du kannst es so vielfältig einsetzen also nochmal zusätzlich mehr Sicherheit und weniger Reibungspunkte da alles auf der Kette geschieht und solche wird Party Providers nicht mehr benötigt werden Leute das ist Hashinal somit durch die Schaffung von Hashinals hat sich der Nutzenbereich des Hedera Consensus Service HCS erheblich erweitert Leute weiterdenken immer weiterdenken Leute man glaubt hier dass andere Netzwerke durch diese neue Funktionalität die Effizienz von Hedera nutzen können um ihre eigenen Einschränkungen zu überwinden und wir wissen dass HCS jetzt schon so heftig genutzt wird Leute als gäbe es kein Morgen mehr schaut euch das mal an alleine hier die letzten sechs Monate Transaktionen über HCS 22,9 Milliarden also davon träumen doch 90% der Blockchain Projekte oder bei so vielen Transaktionen und das ist halt hier hier man einen Zeit Tempel bei Ereignissen was natürlich wichtig ist da man einen Nachweis hat was es hier tatsächlich stattgefunden hat also Verifizierung von Ereignissen auf dezentrale und vertrauenswürdige Weise der HCS ermöglicht uns also die genaue Reihenfolge von Ereignissen zu bestätigen es hat hohe Leistung und skalierbarkeit was natürlich sehr wichtig ist somit eine effiziente Verarbeitung von Anwendungen und Anwendungsfällen und wir haben jetzt momentan natürlich auch wieder eine hohe TPS 1241 wo ich das gerade aufnehme und 44,5 Milliarden Gesamttransaktionen über dem Mainnet also das ist einfach nur pervers was hier Hedera macht Leute und somit nochmal hier eine Zusammenfassung oder einfach ein paar Gedanken von Credible Crypto zu Hedera man kann meiner Meinung nach mit Fug und Recht sagen dass Hedera eines der einzelhandelsfreundlichsten Projekte überhaupt ist wenn es um Marketing und die Ansprache von Normalbürgern geht Neulinge in diesem Bereich verstehen vielleicht nicht viel aber was sie verstehen können sind sofort erkennbare Namen wie Google IBM Boeing LG Ubisoft Dell und mehr allesamt Mitglieder des Regierungsrats von Hedera diese Firmen globale milliardenschwere Firmen bilden die Validatoren um Hedera Leute wenn der Einzelhandel ins Spiel kommt nachdem BTC vor dem All Time High durchbrochen wurde besteht für mich kein Zweifel daran ich irgendwann in diesem Zyklus den Weg zu einer Top 20 Münze in diesem Bereich schaffen wird davon gehe ich auch dementsprechend aus es ist sowieso pervers was sie jetzt momentan hier an den Tag legen Leute und somit halten wir fest die Tokenisierung realer Vermögenswerte wird die Weltwirtschaft umgestalten und das Hedera Netzwerk mit Einhaltung gesetzlicher ganz ganz wichtig gesetzlicher Vorschriften und niedrigen vorhersehbaren Gebühren stellt die Infrastruktur für diesen Wandel bereit Leute hier dementsprechend nochmal die Quelle auf der Hedera.com Seite selber Real World Asset Tokenization on Hedera 50 also mehr wie 50 Millionen tokenisierte Assets bereits jetzt auf dem Mainnet und hier natürlich die Partner APRDN wie schon erwähnt mit Archax für die traditionellen Institute RWA Tokenization on Hedera mit zum Beispiel Diamond Standard Fungible Token Based on Diamond Standards Physical Coins and Bars Red Swan zum Beispiel Commercial Real Estate ABRD haben wir schon gehabt Archax Registrared Digital Asset Exchange Broker and Custodian Shinhan Bank Standard Bank mit Cross Border Payments zum Beispiel oder South Korean Banking and Financial Service Provider Full Service Bank Provider Multicurrency Service via API oder zum Beispiel Swiss Coast Pioneering Transformative Distributed Ledger Technologie USDC Coin auf dem Hedera Stablecoin Studio damit die Emittenten von Stablecoins so einfach und schnell und reguliert wie möglich hier ihre Stablecoins starten können auf dem Mainnet und das ist einfach pervers Leute es ist einfach pervers ich sag's euch wie es ist Hedera ist hier mit dabei und gestaltet die Zukunft neu und freue mich was ich hier einfach sehen kann hier nochmal eine ganz schnelle Zusammenfassung der jüngsten Geschehnisse auch nochmal rund um Hedera von Tokenizer Hedera Hedera schreitet im ESG Bereich weiter voran heute sind sie Blockchain for NRG beigetreten das sich wie der Name schon sagt auf der DLT einsetzt im Energiesektor konzentriert die Kernmitglieder sind Saudi Aramco Exxon Mobil Chevron Chesspeak Energy Freunde und das sind keine kleinen Unternehmen ich sag's immer wieder da globale Energieführer wie diese einspringen ist es ziemlich offensichtlich dass ESG einer der nächsten Sektoren sein wird die DLT in großem Umfang einsetzt und Hedera scheint an vorderster Front zu stehen wir haben bereits gesehen Hyundai und Kia bilden auf Hedera ein CO2 Emissions Überwachungssystem die Einführung von Hedera Guardian um ESG bezogene Dienstleistungen für Unternehmen anzubieten der Zusammenschluss von Hedera Guardian mit den Vereinten Nationen für weitere ESG Management Erstellung digitaler IDs auf MECO für Zero Knowledge Verifizierung auf ESG Märkten denn Energiemärkten steht eine Welt voller Umwälzungen bevor bei der der Schwerpunkt auf Netto Null Kohlenstoff Emissionen liegt Leute dies ist eine Multi Billion Dollar Industrie und Hedera als eines der Top DLT Netzwerke zu sehen die für diese Branche genutzt werden fügt dem Hashgraph nur einen weiteren disruptiven Sektor hinzu angesichts der Tatsache dass einige der größten Energie Unternehmen der Welt diesem Konsortium angehören Saudi Aramco ist beispielsweise das viertgrößte Unternehmen weltweit weltweit das viertgrößte Unternehmen baut hier auf einmal auf Hedera auf ja genial sage ich darüber hinaus gehören Exxon und Chevron zu den größten Öl und Gas Unternehmen der letzten Jahrzehnte BVE und Hedera haben seitdem eine Management Lösung für die Messung Berichterstattung und Verifizierung Tokenisierter Emissionsdaten entwickelt wie gesagt Tokenisierung Hedera mit an der Spitze Leute diese Lösung basiert auf niemand anderem als Hedera die Frameworks und die Plattform ermöglichen sowohl Datensicherheit als auch Interoperabilität da sie den von der Interwork Alliance bereitgestellten Frameworks folgen bei Mitgliedern dieser Größe im Konsortium ist nicht abzusehen welche Art von ESG Aktivität letztendlich in den Hashgraph aufgenommen werden könnte nur einer von vielen bullischen Fortschritten für HBAR im Jahr 2024 bis her Leute ich hab's hier euch auch nochmal gesagt auch Nick Crypto Crusader hier auch nochmal ist den Leuten nicht klar wie riesig das tatsächlich ist nur als Referenz Saudi Aramco verfügt über mehr als 2 Billionen US Dollar an MC also market und steht nach marktabialisierung auf platz 4 der größten unternehmen ja sehen wir hier auch nochmal unfassbar geil habe ich euch auch hier nochmal getwittert gehabt chevron erwirtschaftet im jahr 2023 um die 196 milliarden dollar und Saudi Aramco um die 535 milliarden dollar das können wir uns gar nicht mal vorstellen wir lesen es einfach nur können es aber trotzdem nicht vorstellen was konkret so krass hinter diesen krassen zahlen steht und die entscheiden sich jetzt hier für hetero leute einfach nur schön zu lesen schön zu sehen und schön dass der plan aufgeht weil man sich hier recherchiert hat reingelesen hat schlau gemacht hat und 1 2 zusammen gezählt hat und natürlich auf die zukunft spekuliert so jetzt noch mal eine ganz kurze chart zu H-Bar wenn wir hier ein bisschen rauszoomen dann sehen wir übergeordnet 0 A B C Bewegung eigentlich sehr schön in unserer Struktur gewesen haben ganz knapp unser Ziel hier bei C der grünen Box nicht erreicht von 0,15 bis 0,17 Cent aber wenn wir hier noch mal ein bisschen weiter reinzoomen muss noch nichts verloren sein denn wir haben hier noch kein lower low sozusagen gesehen sind also eigentlich noch in der Range drin würde ich jetzt mal behaupten und von hier noch mal rauf 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 und dann irgendwann unser Ziel Box C tatsächlich erreichen aber falls nicht dann sehen wir hier natürlich eine bärische Bestätigung sag ich jetzt mal von 0 A B C nach unten und dann wäre hier unser kurzfristiges Ziel bei 0,06 bis 0,07 Cent bei H-Bar und können natürlich hier dementsprechend dann Longs wieder starten oder dementsprechend auch DCA betreiben und billiger wieder einkaufen das habe ich zum Beispiel hier auch mal gemacht ich hatte leider Gottes wenn ich hier zum Beispiel von unserem B hier das hier nehme dann sind wir zum Beispiel hier auch in unserer Range drinnen und könnten natürlich auch hängt natürlich vieles auch dann von BTC ab und dem Markt generell dann können wir hier eventuell auch in dieser Box hier schon die Trendwende sozusagen wieder sehen Richtung oben haben also zwei Optionen entweder wir wicken hier noch ein bisschen mehr rein und gehen dann nach oben oder machen hier ein lower low wo wir das hier dann also von oben nach unten durchbrechen und gehen hier Richtung unser bärisches Ziellevel so oder so wieder Optionen für günstig einkaufen oder halt hier auch sich einfach aufstellen bezüglich Long Positionen Freude ich glaube es wurde alles gesagt und weiterhin klug investieren keine finanzielle Beratung an dieser Stelle und wir sehen uns auch auf nächsten nächsten Mal